Mein Name ist Adam Avci und ich spiele aktuell beim SV Lachen-Haferbeck. Ich habe vorher bei diversen Vereinen von der Kreisliga bis zur Oberliga gespielt. Ich bin Stürmer. Ich freue mich, dass ich auf jeden Fall dabei bin und ich freue mich auf die Zuschauer und das Spiel. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, versuchen die Abwehr ein bisschen zu ärgern. Wir schlagen Egesdorf, weil wir sehr gute Kicker hier im Landkreis haben. Also wie gesagt, ich freue mich halt, dass ich auf jeden Fall dabei bin. Ich freue mich auf die Zuschauer, auf das Spiel, auf das Regionalliga-Team. Ja, für mich geht es halt darum, wie gesagt, nur um Spaß. Wir sehen uns am Freitag, den 30. Juni in Hastenbeck. Wir sehen uns am Freitag. Bis zum nächsten Mal.